Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Nachtmodus auf eurem iPhone einstellt. Wenn euch diese Einstellung für Beleuchtung nicht reicht, geht ihr in die Einstellungen, Allgemein, Bedienungshilfen, Zoom, unten bei maximaler Zoomstufe macht ihr 1,2, Zoomfilter, dunkle Umgebung, Zoombereich, Vollbildzoom, ganz oben bei Zoom einschalten. So, jetzt ist es schon dunkel, aber es ist ja viel zu groß. Dann tippt ihr mit drei Fingern zweimal ganz schnell auf eurem iPhone und jetzt ist schon alles richtig. Ihr könnt weiterhin die Einstellung hier nutzen und wenn ihr wieder helleres wollt, macht ihr Einstellungen und hier könnt ihr das Ganze wieder ausschalten. Alternativ tippt ihr mit drei Fingern dreimal ganz schnell auf eurem iPhone. Bei Filterwählen macht ihr ohne.